Am 8. und 9. Oktober 2016 wurde in Wien die Vienna Comics Messe veranstaltet. Zahlreiche Gruße und kleine Besucher kamen in tollen Verkleidungen und gaben dadurch der Messe ein ganz besonderes Flair. Genießen Sie nun einen Rundgang durch die Veranstaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF, 2020